Was geht das uns an? Das geht uns gar nichts an. Wir singen nur ein Lied davon. Was geht das uns an? Das geht uns gar nichts an. Wir singen nur ein Lied davon. Eine Frau, die kaufte sich Bananen und wozu, das konnte keiner ahnen. Eines Nachts in einem schönen Traume steckt sie sich eine in die Eins, Zwei, Drei. Was geht das uns an? Das geht uns gar nichts an. Wir singen nur ein Lied davon. Was geht das uns an? Das geht uns gar nichts an. Wir singen nur ein Lied davon. Eine Frau, die reiste nach Sizilien. Sie hatte Schenkelblüten, weiß wie Lilien. Und mittendrin, da hat sie wie zum Trotzen eine Kohlraben-Schwarze. Eins, zwei, drei. Was geht das uns an? Das geht uns gar nichts an. Wir singen nur ein Lied davon. Was geht das uns an? Das geht uns gar nichts an. Wir singen nur ein Lied davon. Ein Junge, der wollte zum Theater. Wollte Schauspieler werden wie sein Vater. Doch als er sah die vielen hübschen Nixen, fing er gleich wieder an. So, eins, zwei, drei. Was geht das uns an? Das geht uns gar nichts an. Wir singen nur ein Lied davon. Was geht das uns an? Das geht uns gar nichts an. Wir singen nur ein Lied davon. Ein Matrose wollte über das Wasser. Und sein Mädchen, der Matrose wollte nur mal segeln. Sein Mädchen aber wollte eins, zwei, drei. Was geht das uns an? Das geht uns gar nichts an. Was geht das uns an? Das geht uns gar nichts an. Wir singen nur ein Lied davon. Wir singen nur ein Lied davon.